Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Die Aussichten auf den deutschen Arbeitsmarkt haben sich etwas aufgehellt. Eine Trendwende ist dem Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge aber nicht zu erwarten, schreibt die Deutsche Presseagentur. Demnach steigt der Frühindikator im Juni um 0,1 Punkte im Vergleich zum Vormonat auf die neutrale Marke von 100 Punkten. Für das Arbeitsmarktbarometer befragt das Institut monatlich alle deutschen Arbeitsagenturen nach ihren Prognosen für die jeweils nächsten drei Monate. 90 Punkte stehen dabei für eine sehr schlechte Entwicklung, 110 für eine sehr gute. Das Barometer weist zusätzlich die Komponenten zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit und der Beschäftigung einzeln aus. Auch das Beschäftigungsbarometer des Münchner IFO-Instituts ist im Juni leicht gefallen. Auftragsmangel halte viele Unternehmen davon ab, Personal aufzubauen, meint der Leiter der IFO-Umfragen Klaus Wohlrabe. Besonders in der Industrie, im Handel und im Bau würden Firmen erwägen, offene Stellen nicht mehr zu besetzen. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal. Ich habe das Gefühl, dass ich das ja auch nicht gemacht habe. Ich habe das, was dir. Und ich habe das mit der Ruhig aber oft.